ja ein bisschen hier in der Hülben mein DRB findet ähm ja 90 Sender 100 Vorrat hat er tatsächlich weniger gefunden 116 120 Oder immer mehr Dabei bleibt wahrscheinlich 42 Was findet er denn alles hier? Absolut hot Relax Das ist der neue Sender Arabella Kult Das ist der neue Das war aber schön Auf dem Händen wir mal rein So romantisch So drehen wir mal weiter Bayern 1 Klar Bayern Dann wird der Bayern Heimat kommen Irgendwo Ich folge Musik BGFM Und wo ist Bayern Heimat? Da ist er Schweizer müsste auch noch kommen Mit Radio FIFA und SRS Musikländer Sie müsste aber noch kommen Falls er den empfängt So Schweiz Ja sieht gut aus Dass er den Radio FIFA anfängt So kann jemand Französisch? Ah ja sie stelle Es tut nichts mehr Ich verstehe nico So Machen wir mal weiter Tadam Aha Naja Energy Energy Bern Energy Bern Energy Bern Okay Energy Hitch ist sehr sehr neu Es ist sehr neu Er fangt immer wieder weg weil Er ist von der Schweiz und ich von Baden-Müttemberg Ja das Plus Das hintere Plus ist für die Schweizer Sender. Alle Schweizer Sender haben ein Plus dahinter. Und gut, machen wir weiter. Jetzt kommt Eviva. Party! Okay, machen wir mal weiter, sonst komme ich gar nicht mehr zum Ende. FMI, das ist auch geil, der Sender. Wir haben hier mal einen Bodensee gehört, der FMI. Gut, machen wir weiter. Okay, machen wir mal. Galaxy Allgäu. Okay. Cresci Allgäu, geil. Da kommt nix. Okay, Robbie Williams. Was kommt da, Schöne? Hessen empfängt er auch. Okay, ich möchte eine Freiheit. So, machen wir mal weiter. Ja, da sind alle Schweizer Sender. Alle, wo ein Plus ist, ist Schweiz. Pulse ist vorbei, ein Jugendcenter. Ah, Govia ist auch gut. Na ja, ich hab auch übersprungen. Auch ein Pop-Sender von der Schweiz. Da müsste er irgendwann... Oh, Radio L empfängt er jetzt auch. Okay, dann müsste er auch Radio 1 empfangen. Eine Melodie. Schlager. Radio 1. Guck mal, Leute. Das ist schon ein Fail. Ein Radiotext. Der müsste eigentlich so sein. Nein, Quatsch, warte. Ich such mal kurz einen... ...langen Radiotext. Ach, da geh ich schon wieder zu weit. Langen Radiotext. Ähm, ich guck mal einen Sender, der einen langen Radiotext hat. Vielleicht der da? Nö, ja. Manchmal, wenn er einen langen Text hat... ...der glaube ich auch nicht. Langer Text. Welcher Sender hat einen langen Text? Ich mache so ein Klappigeradio manchmal. Mal gucken. Na. Genau. Normalerweise ändert sich's von der Schnelligkeit so. ...ermöglichen, heißt es hier. Dann dauert so alles so... ...6, 7 Sekunden. Zirka. So. Ja, normal. Ja, schon weg. Äh, okay. Ach, ist das ein Beispiel. So, also. So. Normalerweise ändert sie sich alle paar Sekunden. So wie jetzt hier. Von der Klassikerin der Möglichen, so. Das ist eine normale Geschwindigkeit. Aber Radiotext aus Bayern, nicht aus Baden-Müttemberg, sondern aus Bayern. Also der hat total Probleme. Der ändert alle Sekunde. Jede Sekunde. So, wo ist er denn jetzt? Hier. Alles Radiotext bei Münchenberg. So. 11b. Und jetzt kommt Radiotext bei Bayern. Da wechselt die, äh, den Radiotext jede Sekunde. Und das ist einfach zu schnell, finde ich. Seht ihr meine Radiotext an von Bayern? Radiotext bei Bayern. Das ist doch einfach zu schnell, oder? Wer will das lesen? Und bei dem Radio, bei dem Radio kann man es ja noch, kann man es ja noch lesen. Aber stell dir mal vor, ich habe so ein Radio mit so einem Lauftext. Da kann man ja gar nichts mehr lesen, weil es ja nonstop ändert. Also das ist wieder wirklich zu schnell. Also wie kann man so einen Radiotext machen? Also, nee. Also, das geht man gar nicht. Nee. Okay, machen wir mal schnell weiter. So, 3db, weil ich schlage, weil es leider da ist. Ähm. Okay, SD geht hier ziemlich schlecht anscheinend. Gut, der nächste Sender ist ein Schöpferd, okay, machen wir mal. Reduno. Man will das schon, glaube ich, oder italienisch? Ich glaube, er italienisch ist das. Okay, dann haben wir hier Rockantenne Bayern-Württemberg. Und Rockantenne Bayern. Dann machen wir mal weiter. Dann haben wir noch zur Auswahl... Ähm. Rocket, was? Rocket Radio? Das ist auch neu. Ich glaube, der ist von der Schweiz. Warte mal. Ja, dann wird er von der Schweiz, genau. SSRG. Nee, Quatsch, doch. SSRG, so. Okay, dann haben wir noch zur Auswahl... RSA Radio... WES? U-A? Ähm. Das ist wahrscheinlich Oberallgäu, soll es heißen. Da ist aber auch gerade Stille. Digitale Services für noch einfacheres Banking. Ja, Werbung. Dann haben wir noch RT1 Südschwaben. Gut, dann haben wir noch... RTS1RG. Von der Schweiz, der französische... oder italienische... Ich weiß nicht, was das ist. Was ist französisch oder italienisch? Irgendwie so. Das ist italienisch. Ja, italienisch, glaube ich. Der Létangemoin, wo ist der Psycho? Oder italienisch, äh, französisch? Ah, ich weiß es nicht. Ich kann da in den Kommentaren schreiben. Dann haben wir noch, äh, ja, die üblichen Sender, Seefunk... Okay, nichts anderes kriegen wir hier. SRF1. Schweizer Radio-Fernseher. Biel, Lohr-Turm, zwischen Brückmund. Da haben wir ganz viele Regionalprogramme. Äh, A, G, S, O, weiß nicht, was das sein soll. B, I, F, R, S, weiß ja keiner, was das sein soll. B, E, wahrscheinlich Bern, das andere weiß ich nicht. Äh, B, F, keine Ahnung, G, R, keine Ahnung, L, U, Lutfern, schätze ich mal. S, G, St. Gallen, schätze ich. Piel, Lich und SRF2, weiß nicht, was das sein soll. SRF2 haben wir. SRF3 natürlich auch. Dann haben wir natürlich im Digitalradio gibt's noch SRF4, was bei UKB nicht gibt. Und dann noch die SRF Musikwelle. Ha, schade, läuft, kommt Nachrichten. Normalerweise läuft auch Schweizer Volksmusik. SRF4. Sags schon live, okay. Sags schon Radio, auf Hansschweiz. wenn sie zu fahrrad über Nachrichten jetzt okay das Klamix wird Klinik und Pop und ja es wäre er halt noch er hat er geprüft die Gertrude dann wird noch im Klinik mit der Leeradüter haben verspricht dann gibt es noch überlegen über Nachrichten bei mir nicht an wegen der Ocke und die UFM Hessen Und dann war es, glaube ich, auch schon. Genau, das war es auch schon wieder. Jetzt sind wir eh schon bei 3 Minuten.